Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Spezialfolge von Abenteuer auf dem Reiterhof 3. Wir gehen mit dem nächsten Pferd in die kompletten Turniere, das Turnier des Notars. So, das bleibt natürlich wie immer alles gleich, das Notier des Turnars. Dixie ist damit durch und wir kommen zu lieben Sula. Du willst das echt alles heute Nacht noch durch, oder? Ich mache das heute Nacht noch durch. Ich werde nicht ins Bett gehen, bevor ich nicht das alles durchgemacht habe. Ihr müsst wissen, ich sitze schon seit vier Uhr nachmittags da und versuche, das komplett aufzunehmen. Denn ich will endlich mit coolen neuen Projekten anfangen, wie der Sattelclub. Da freust du dich doch drauf, oder? Warum gehe ich hier hin? Ich muss zum Van. Ich bin doof. Weißt du, ich wollte eigentlich ins Bett gehen. Was mache ich jetzt? Ich starte eine neue Leagrunde. Du darfst nicht ins Bett gehen. Oh Gott. Du musst mir noch den Seriencode von Bandicam geben. Oh Gott. Oh Gott. Also gut. Ja, hör auf zu reden. Ich muss das so kurz die möglich halten, damit die liebe Yuki direkt ins Bett gehen kann, wenn ich fertig bin. Also darfst du noch ein paar Leagrunden starten. Du gehst nachher noch an deinen neuen Lab, ne? Ja. Pass auf, dann gehst du nachher in den Leag und dann können wir dich schon mal in unsere Sippe reinholen. Oh, da war ich daneben. Und der normale Galopp. Sula schlägt sich bis jetzt sehr gut und sie hat auch sehr hohe Ausdauer. Das heißt, ich kann auch ein bisschen während des Geländeturniers ein bisschen mehr Gas geben, dass ich eventuell dieses Mal ohne Zeit, äh, Überschreitung dort rauskomme. Doch, das werde ich versuchen. Das werde ich versuchen und das wird funktionieren. Wird's nicht. Wird es. Nein. Doch, wird es. Gut gemacht. Du sollst mich nicht voll labern. Käsekuchen-Notar. Oh, ich kann auch weggehen. Sind Sie bereit? Um dich ging es nicht. Es ging um den Käsekuchen-Notar. Ja, ist klar, komm. Rät dich raus. Bewegt deinen Hintern jetzt über dieses Hindernispferd. Das ist doch nicht dein Ernst. Apropos Käsekuchen. Wolltest du mir nicht Keks abgeben? Ja, komm. Ja, nö, jetzt nicht. Jetzt spiele ich zum zweiten Mal in meinem Leben Lux, aber das erste Mal, dass ich sie gespielt habe, ist halt ewig her und ich erinnere mich nicht dran. Soll ich dir was sagen? Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass ich das letzte Mal Lux gespielt habe. Aber du sie noch nie gespielt hast. Das stimmt. Wen hast du bis jetzt gespielt? Nur Miss Fortune? Ja. Aber ich werde in der nächsten Leak-Runde Ash ausprobieren. Wie viele, glaube ich, Sensor sind du? Ich habe noch 2000 Schlag mich tot. Oh, dann kannst du dir Ashdreck kaufen. Ja, habe ich ja schon. Achso, okay. Gut. 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 Das könnte jetzt knapp werden. Bin ich innerhalb von 10 Sekunden da drüben. Komm, Schott. Komm, Schott. Du schaffst das. Ja! 1,30 habe ich genau gebraucht. Damit habe ich gewinnt. Fast. Gewinnt, ja. Ich labere mich immer noch nicht zu, mein Freund. Gewinnt habe ich, ja. Hast du ein Problem damit, dass ich gewinnt habe? Hm. Ich glaube, meine Mama ist gerade wieder nach Hause gekommen. Ja. Ich kriege jetzt gleich erstmal einen Abriss von mir. Yo, du bist eine Verbündete. Warum tötest du mich? Pff. Haha. Da hat jemand den Sinn von Leak nicht verstanden, würde ich sagen. Was? Wieso kannst du mir... Was ist das? Brava. Damit ist das Turnier des Notars wieder beendet. Und wir machen direkt weiter mit dem großen Preis von Westfalen. Dass wir direkt weiter durchstarten können. Und das werden jetzt wahrscheinlich die... Das wird wahrscheinlich jetzt die nächste kürzeste Stunde meines Lebens. Und ich werde diesen Boden küssen, wenn ich durch bin. Nein, werde ich nicht, weil ich keinen Boden sehe. Nein. Alles gut. Aber ich werde sowas von ausflippen. Und ich glaube, Yuki wird dann super stolz sein, dass ich dann fertig bin und nicht ins Bett gehen kann. Wo ist denn hier dein Elan hin? Wir haben gerade mal zwei Minuten vor zwölf. Ich weiß, ich bin ganz, ganz schrecklich faul geworden. Ne, ich will nicht sagen faul. Ne, das ist das falsche Wort. Du bist alt geworden bist du. Ich muss halt für die Arbeit früh ins Bett, ne? Ja, dann geh doch. Dann geh doch zu Nero. Gott, warte, das ist auch falsch alles. Ich habe dafür noch eine 9 bekommen. Wirklich? Komm da. Na, 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 na. Man merkt, dass meine Konzentration so langsam kontinuierlich nachlässt. Mann! Was soll das denn? Komm schon, Sula, du schaffst das. Das muss ich machen, genau. Das muss ich am Ende machen. Bravo! Ja, ja, ja. Und trotzdem ist Paula wieder erster, obwohl ich alles anscheinend richtig gemacht habe. Ja. Beweg deinen bescheidenen Hintern. So, hier dann noch rüber. Ich frage jetzt einfach mal, äh, gerade vorne weg, Yuki, was hast du denn schon für, äh, Pferdespiele gespielt? Starstable. Außer Starstable. Starstable. Du hast echt noch keine weiteren Pferdespiele gespielt? Mhm. Das ist schlimm. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich habe, also ich habe schon ein paar mehr gespielt als du. Ich habe unter anderem das gespielt, was ich gerade spiele. Aber man muss dazu sagen, ich habe aber auch schon, äh, solche Sachen gespielt, wie zum Beispiel, also Starstable spiele ich auch. Ist klar, ist auch ein Pferdespiel. Kann man auch nicht verleugnen. Ich habe aber auch den Sattelclub zum Beispiel gespielt oder Bella Sarah gespielt oder, das kannst du doch auch spielen, hör mal. Mhm. Bella Sarah. Das habe ich ja auch schon gemacht und, hatte ich da vorhin nicht noch irgendein Pferdespiel am Laufen? Nee, davor hatte ich noch Rollerkuss der Taikon und Dings am Laufen, ne? Mhm. Und, ähm, ich habe Abenteuer auf dem Reiterhof, das Abenteuer rund ums Pferd gespielt. Den zweiten kenne ich nicht, den vierten kenne ich nicht, den fünften kenne ich nicht, den sechsten kenne ich nicht, den siebten kenne ich auch nicht. Ich habe, wobei ich mir den siebten, äh, vom siebten Jahr das, äh, Let's Play angeguckt habe. Und ich habe dann noch von, ähm, ich habe noch Abenteuer Pferderücken angefangen, nie zu Ende gespielt, weil ich an einer Aufgabe immer gescheitert bin und dann irgendwann so ausgerastet bin, dass ich diese CD irgendwo hingefeuert habe und ich sie jetzt nicht mehr wiederfinde. Sad but true. Ähm, was hatte ich noch für Sachen am Laufen? Hatte ich Angie noch am Laufen? Nein. Oh ja, das war ja jetzt auch wieder, schon wieder zu Ende das. Auf geht's zum Turnier von Schleswig-Holstein. Was ich jetzt auch noch, äh, gefunden habe, ist zum Beispiel, das hatte ich gesagt, das hatte ich alles gesagt, ähm, genau, Pferderennensportmanager. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen kann, ob das auf dem PC läuft, denn, ähm, ich habe das Spiel früher sehr gerne gespielt. Wir können da gerne mal, also, ich würde das jetzt nicht so in einem Let's Play mäßig dann, würde ich das dann machen, sondern ich würde dann so, eher gesagt, so ein Let's Show daraus machen, dass wir dann vielleicht so, dann was, Let's Show kann man das da nicht nennen, aber das wird dann halt relativ kurz, dass das dann halt so, sag ich mal, so zehn Parts werden, wo ich das so ein bisschen spiele und zocke. Und, ähm, dann könnten wir ja mal gucken, dass, ähm, wir das mal uns da mal so ein bisschen angucken und ich kann euch ja das aber nicht versprechen, weil ich nicht weiß, ob das auf meinem, auf dem neuen Rechner läuft, weil auf dem, auf dem ich aktuell jetzt noch das mache mit dem Abenteuer auf dem Reiterhof, ist das leider, funktioniert das leider nicht, das stürzt das ständig ab oder es, äh, fängt gar nicht erst an. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt von Windows herkommt oder ob das jetzt, äh, hierher rührt. Ähm, dann, was ich auch noch habe, was ich früher auch voll geliebt habe, das, das, äh, Spiel ist zwar, sag ich mal, gewöhnungsbedürftig, aber es ist ein süßes Pferdespiel und ich habe es bei so anderen YouTubern, habe ich das noch nicht gesehen. Also, ich weiß nicht, ich müsste da mal nach suchen und zwar ist das Spiel einmal Julias Abenteuer im Reiterland. Das ist ein sehr hübsches Spiel, wo man auch, ähm, also ein paar Pferde aufnehmen muss, die gerettet worden sind, dann muss man das, äh, Fahrgeld für die zusammenbekommen, damit man die von dem einen Ort so sich nach Hause holen kann. Dann hat man dann noch, dass man noch so einen alten Hof renovieren muss, damit man die Pferde noch, damit man noch mehr Pferde aufnehmen kann und die unterbringen kann. Und ihr könnt dann halt, äh, mit den Pferden Turniere reiten, durch die Gegend eiern und haste nicht gesehen. Ist ganz niedlich gemacht, äh, würde ich dann auch vielleicht dann mit euch machen, wenn ihr daran Interesse hättet. Und, äh, was damit dann auch direkt verbunden ist, ist, äh, Julias Rennpferde. Das ist auch ein sehr hübsches Spiel und man kann es, also das hat, habe ich auch immer so gerne mal zwischendurch gespielt, wenn ich gerade nichts anderes zu tun hatte. Es ist wirklich sehr süß gemacht und, ähm, das kann man auch, äh, sehr gut machen, nur, ich habe das halt immer nur auf der schwächsten Stufe gespielt und ich weiß nicht, wie das mit schwierig ist, aber ich würde mich, der Herausforderung, würde ich mich dann annehmen und dann, äh, würden wir das zusammen, äh, machen. Wenn ich mich jetzt richtig positioniere, könnte das klappen, dass ich ohne, äh, ohne das schaffe, mache. Dann habe ich ja wild und frei Abenteuer Pferderücken, würde ich, ähm, versuchen mit euch. Wenn es mir dann aber doch zu heikel wird und ich das nicht hinkriege, ist es vielleicht, ist die Wahrscheinlichkeit eventuell sehr groß, dass ich das Let's Play eventuell dann auch abbrechen würde, wobei ich es dann gar nicht erst anfangen würde. Also, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, würde ich es versuchen, aber wenn da jetzt nicht so die Interesse dran besteht, würde ich es auch sein lassen. Ähm, gucken wir gleich mal weiter. Da muss ich aber jetzt erstmal hier, ich muss mal so viele Tasten drücken, das ist mein Problem, was ich habe. Pferd und Pony, mein Pferdehof. Ähm, würde ich auch versuchen, wenn ihr das wollt. Es ist halt so, auf dem Computer funktioniert halt eine Sache davon nicht so gut und das ist dann halt immer so ein Problem. Das ist was anderes, das ist auch alles. Ätna bricht aus, muss ich ja auch noch mit euch spielen, das wird aber dann, ähm, also es kommt definitiv auch noch. Werden wir auch noch machen, gar kein, gar kein Problem. Und das war's. Mehr, äh, Pferdespiele habe ich nicht. Ich habe zwar auch schon gesagt, dass ich noch, ähm, die Versch... Isabel werft Reitsport habe, aber nein. Das wäre eins der wenigsten Spiele, die ich in meiner kompletten Kindheit ausprobiert habe, die ich nicht mit euch machen werde, weil dieses Spiel so abnormal schwierig ist, dass ich es nicht mache. Nein. Vergisst es. Schlagt euch das aus dem Kopf. Ähm, ähm. Doch, das werde ich nämlich nicht machen. So. Das wäre dann auch schon das... Mal, das Schleswig-Holstein war das dritte Turnier, ne? Da kommt noch, äh, Württemberg und danach kommt dann noch der von Steinhausen. Dann sind wir mit Sula dann auch schon wieder durch, fast. Dann müssten wir das Ganze nur noch mit Ava und danach noch mit Shadow machen. Flup. So. Das nächste Pferde-Let's Play steht ja auch schon in den Startlöchern. Es hatte sich ja die liebe Yuki gewünscht, dass ich das mal machen sollte, weil sie es noch nicht, äh, gesehen hatte, noch nirgendwo. Und ich, äh, werde mich der Herausforderung annehmen, wobei ich, äh, das Spiel schon fast drei Milliarden Mal durchgespielt habe, habe ich das Gefühl. Ich wollte eigentlich schon vor der letzten Runde ins Bett gegangen sein. Ich habe schon wieder eine gestartet. Ja, du darfst, du darfst eh noch nicht ins Bett gehen. Hm. Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier einschlafe? Dann brülle ich dich so lange an, bis du aufwachst. Oder ich brülle so lange rum, bis irgendjemand runterkommt und dich weg und sich so denkt so, Gott sei Dank. Nein, ich meine, was ist mit der, was ist mit dem Spiel? Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht, äh, sagen. Ich würde einfach nur drumrum stehen und nichts machen. Ha! Geschafft! Mein Team wird sich denken, du Missgeburt. Warum tust du das? Verpiss dich doch einfach. Warum gehst du überhaupt in ein Spiel, wenn du ja nicht mitspielst? Vielleicht hat sie ja nur so eine Bambusleitung, dass sie nicht mitspielen kann. Vielleicht ist sie aber auch einfach vor ihrem Rechner eingeschlafen. Ich will ja nichts sagen, aber... Angelina? Angelina? Hallo? Angelina? Angelina, bist du doch wach! Angelina! Ich bin doch nie eingeschlafen. Nein! Ich lege mich jetzt ins Bett, aber wir skypen noch weiter. Angelina? Hallo? Angelina? Ich bin in Ruhe! Oh, ich kämpfe jetzt gegen Tarek und Miss Fortune! Bäh! Ich mag Miss Fortune nicht, ne? Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie so... Paula-mäßig. Warum ist Paula noch... Äh, ne? Hm? Also ich habe ja meinen ersten Post im neuen Forum auch schon gemacht. Ich habe nur gesehen, dass du Sarah gemeldet hast. Ja, sag ich doch. Ja, das ist doch kein Post. Doch, für mich ist das einer. Nee. Der erste Post, der kommt noch, aber dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Weil... Hast du auch gesehen, ich habe auch Sarah so ein bisschen vom Namen her auch so überarbeitet. Und ich habe das ein bisschen mehr... Ja, ich habe mich gebotert. Ich habe das so ein bisschen mehr an Norwegen angepasst, so. Und die jetzt aus Norwegen? Die Springprüfung wurde mit Bravour gemeistert. Die kommt aus einer kleinen Insel in der Nähe von Norwegen, die ich mir selber ausgedacht habe. Diese Insel heißt, glaube ich, Stimme des Eises oder so. Und die ist ein Teil von der Inselberg... Also von der Inselkette Royon, glaube ich. Die auch ein Teil von... Weiter geht's mit dem Preis von Württemberg. Und deswegen hat ihre Mutter sie dann alleine großgezogen. Sie ist zu einer wunderschönen, wunderstarken Frau rangewachsen und haste nicht gesehen. Auf geht's! Ja, klar, immer. Das Schöne ist, wenn mein Festplattenspeicher nicht reicht, dann musst du noch länger warten, weil ich dann erstmal noch ein bisschen was wegschneiden muss. Wie denkt sie wahrscheinlich gerade nass auf? Käsekuchen yourself! Oder? Brezel! Brezel! Und sie hat eine Tante, die aber ziemlich nie zu Hause ist. Sie ist nämlich meistens immer nur mit den Fjordpferdis unterwegs, weil sie eine... Uhuhu! Weil sie nämlich eine sehr leidenschaftliche Reiterin ist. Und Sarah kann reiten. Sie hat sogar ein eigenes Pferd. Jedoch hat sie das Problem, dass das Pferd sich sehr verletzen wird am Anfang des Posts. Und sie wird das Pferd auch mit nach Island bringen. Das ist so gegen jede Realität, ne? Das ist krass. Und sie hat auch in Norwegen, also da wo sie herkommt, hat sie auch eine beste Freundin. Die aber danach so gut wie keinen Kontakt mehr zu ihr pflegt und sie deswegen so total verletzt und tief traurig ist, weil sie sich nicht mehr meldet. Und dann meldet sie sich nochmal bei ihr und dann meinte sie so, ja, nee, ich hab so keine Zeit und so. Ich bin, äh, gerade dabei meine Arbeit zu erlernen und hasse nicht gesehen und fününnü und hetetä. Aha. Oh, das, das, äh, ja. Und ich habe was gemacht, was dir wahrscheinlich absolut nicht gefallen wird. Und zwar habe ich sie nämlich ganz, also ich habe sie, ähm, affin gegen Eis und Schnee gemacht, also gegen Kälte. Sie kann auch einfach so im Bikini oder so ins Eis rausgehen, das macht ihr nichts, sie ist ja nicht kalt oder so. Aber sie hat halt sehr Probleme mit dem Sommer. Sie kann sich im Sommer draußen eigentlich fast nie draußen aufhalten, weil sie sich nämlich sofort verbrennen würde. Sie hat nicht das Stadium von Sonnenbrand oder so, sie würde sich sofort verbrennen. Na, aber dann geht sie in die Sonne einigermaßen gut. Ja, aber mit Sam wird das halt ein bisschen schwieriger, ne? Warum? Der geht nicht gerne in die Sonne. Was ist mein Bier? Ja, aber er ist warm. Ey, die hat ein Problem mit Hitze oder was? Die hat ein Problem mit Hitze! Fick dich doch. Sie verrennt sich halt schnell, ne? Übrigens, ich nehme gerade auf, ne? Jetzt muss ich das wegen dir piepen, ne? Ne? Ach, du heiliger. Wenigstens bin ich mit Sula schon in Württemberg angekommen. Ich habe keine... Und danach geht es... Ich finde das nicht in Ordnung. Was? Sein Verhalten und so. Warum? Ja, Prinzip, ne? Prinzip? Prinzip! Aber, ähm... Sie wird ein bisschen, ähm... Resistenter gegen Feuer, wenn sie so eine komische Wunderkur... Bei, weiß ich nicht, Balia oder so gemacht hat. Aber irgendjemand wird sich da schon finden. Dann zählst du davon, wenn wir sie einfach dran gewöhnen. Das geht auch. Aber da musst du damit rechnen, dass sie sich häufig verbrennen, ne? Das ist dein Problem, nicht meins. Das ist mein Problem und nicht deins. Das ist voll gemein. Weil es dein Champion ist. Vor allen Dingen mein Champion, ne? Ein Charakter. Du bist ein bisschen Leak geschädigt. Kann das sein? Kind. Ich spiele gerade Leak. Was erwartest du? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Kriegst du nicht? Nein? Okay. Nein. Warum nicht? Nein. Ich will aber. Nein. Doch. Nein. Gib mir das jetzt. Ich will das jetzt. Nein. Doch. Meine Zuschauer denken sich so, ja, das ist der Moment, wo ich jetzt abschalte. Ah, jetzt kommt diese lange Stelle und jetzt habe ich schon all meine Energie fast aufgebraucht. Generell habe ich gerade aktuell das Problem, dass ich nicht sehr gut mit der Ausdauer gearbeitet habe. Ich will das jetzt so. ein bisschen runterbringen. Ernsthaft? Schon wieder? Jetzt hat sich meine ganze Vorarbeit schon wieder erledigt. So. Auch Alexandra, bei Alexandra muss ich mir noch was überlegen, weil die, äh, ja, ich hab's noch geschafft. Ähm. Das war ein Eindol... Weil, sie kann ja ihren Nachnamen nicht behalten und ich werde wahrscheinlich auch die Dinosaurier komplett aus dem Forum rausnehmen. Komplett rausnehmen? Komplett rausnehmen. Dann geb ihr dafür Drachen oder so. Das kann ich machen. Dann geb ich ihr so ein, zwei Drachen oder so. Aber sie wird sich halt noch weiter in Dinosaurier verwandeln können. Aber sie hat halt keine Dinosaurier mehr. Weil das dann halt doch wieder ein bisschen zu sehr an Jurassic World angelehnt ist, weißt du? Das stimmt schon. Sie kriegt dann vielleicht so ein paar Badass-Drachen, so. Mal gucken. Drogon? Nein! Sie kriegt richtige Drachen. Sie kriegt keine, äh, Vivren oder so. Weil wir ja gelernt haben, die Drachen aus Game of Thrones sind ja eigentlich keine Drachen, sondern es sind Vivren. Hm. So. Soll ich etwas kaufen, das 2200 kostet und 80 Attack Damage gibt? Oder soll ich etwas kaufen, was 2100 kostet, 80 Attack Damage und 25 Crickle, wenn es Strike Chance gibt? Was ist besser? Ja, das, was billiger ist, lustigerweise. Auf geht's zum großen Preis von Steinhausen. Angie, möchtest du nicht für mich weitermachen? Hm-hm. Aber ich will endlich das Aufnahmeprogramm rüberkriegen. Ich will bessere Star Stable Aufnahmen machen. Ich will bessere andere Aufnahmen machen. und nebenbei mir die Fingerwunsch schneiden, weil ich den Computer dann auch anlassen kann und kann Videos schneiden. Yay! Und vielleicht komme ich dann jetzt auch mal dazu, die ganzen Trail Rits zu schneiden, die ich noch übrig habe. Wäre ja mal wünschenswert. Raven bleibt, glaube ich, im Grundkern so, wie sie ist. Aber sie wird später halt nochmal so einen extremen Charakterentwicklung und Sprung machen und hast du nicht gesehen. Ich werde mir jetzt aber auch nicht die Mühe machen und werde die ganzen Charakterentwicklungen da hinschreiben. Ich werde einfach da hinschreiben. Lasst euch überraschen. Wir kommen beim großen Preis von Steinhausen. Was kann ich für sie tun? was kann ich für sie tun? Wir kommen permet Na, jetzt kommt das wieder. Der versammelte Schritt. Das, finde ich, sollten wir in Star Stable auch mal einbauen, eventuell. So, versammelter Schritt und versammelter Trab und so. Aber ich weiß nicht, ob die die halt, ob die halt die Sachen schon im Dings eingebaut haben, weißt du? So, die Buchstaben, ob die die nicht schon... Ich bin verwirrt, was wollte ich sagen? Ob die die Buchstaben nicht schon in Benutzung haben als Shortcuts oder so. Der versammelte Schritt und dann in den starken Galopp. Okay. So, Sola. So, Sola. So, Sola. So, Sola. So, Sola. Ja, das sieht doch gut aus, Hammer. Yay, Parcours abgeschlossen. Ja, und Kati ist immer noch vor mir. Ja, als Maul. So, ich mach jetzt Leak aus. Ja, dann bleibst du noch hier. Wie lange willst du denn auch nehmen? Ja, bis ich fertig bin. Weil ansonsten kann ich Bandicam heute immer noch nicht rüber machen. Ja, dann machst du es halt morgen. Ja, aber ich weiß ja nicht, wann du morgen online kommst. Das ist wahrscheinlich eh wieder abends. Nee, morgen früh eigentlich. Ich wollte den Vormittag nutzen zum Aufnehmen, weil meine Eltern nicht da sind. Ich dachte, du solltest dich um das Haus kümmern. Tu ich doch. Zwischendurch. Ist klar. Leck mich, mach ich auch. Ja, aber ich bin morgen früh ja nicht da. Ja, wann kommst du denn? Keine Ahnung. Ich stehe wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß nicht wann auf und dann muss ich, äh... Dann muss ich Zeitung was tragen. Schreibe einfach eine halbe Stunde bevor du am Rechner gehst und dann bin ich da. Wollen wir mal hoffen, ne? Ich kann nur echt nicht länger wach bleiben. Es tut mir leid. Du bist so alt geworden, ey. Ich weiß. Ich kriege schon Falten. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich weiß noch. Ich weiß noch. Ich glaube, das waren den Herbstferien gewesen, ne? Mhm. Lass mal, lass mal die ganze Nacht wach bleiben. Ja, okay. Komm, lass frühstücken gehen. Mhm. Lass uns so um sieben frühstücken gehen. Mhm. Lass dir hier Ruhe. Das war alles geplant. Mhm. Und dann am nächsten Tag? Ja, lass uns mal die Nacht durchmachen. Nee, sorry, aber das schaffe ich nicht. Wir können morgen die Nacht durchmachen. Nein! Warum? Weil ich am Montag mein letztes Vorhabi schreibe. Kannst du auch Sonntag früh ins Bett? Nein. Ja, gut. Gute Nacht, ne? Gute Nacht. Schlaf gut später und so. Ja. Bleib nicht zu lang wach. Ja, ich nehme mir es trotzdem noch zu Ende auf. Lass dich nicht klauen. Ich gebe mir Mühe. Und so. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Warte, ich hätte jetzt irgendwelche Sachen vorgeschnitten. Ich muss auch noch mal was von der Pestplatte runterholen. Pfff, das war knapp. Uh. ential. Ich kann mich noch mal aus. Also gut Das war's Bravo So, das war's dann auch mit dieser Folge auch schon wieder Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder, ciao, ciao